Sonst so? Das ist wirklich so. Und scheiße. Nein, warum? Warum? Achso. Flieg und Sieg! Mondstein! Sieg und Sieg! Zwölf! Aich! Attacke! 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 Ein weiteres Mal! Flieg und Sieg! Flieg und Sieg! Und besiegt! Besiegt! Wir haben aber keine Waffe. Warum, verdammt nicht? Haben wir diesen Feind nicht schon einmal besiegt? Das ist das zweite Mal, dass uns ein Daimon heute attackiert. Warum sind die Feinde, die wir schon längst besiegt haben, wieder im Leben? Ich frage mich, was das sein könnte. Wenn das Schicksal genauso erinnert wurde wie meines, könnte das gut möglich sein. Die Macht des Schicksals zu ändern, das ist Blödsinn. Ich frage mich, wer zum Teufel diese Feinde sind. Das ist das erste Mal. Wir haben unser erstes Ziel unserer Mission erfolgreich beendet. In einigen Pläsen wurden besiegte Monster wiederbelebt und haben Menschen attackiert. Das Schicksal des Zuban-Viertels im 20. Jahrhundert wurde verändert. Das habt ihr gut gemacht, meine Kinder. Nehmt dies als Geschenk. Damit solltet ihr stärker werden als die Sailor-Kriegerinnen. Ihr könnt nun gehen. Vielen Dank, Abusama. Damit können wir sogar stärker werden als die legendären Sailor-Kriegerinnen. Unsere Schicksals sollten sich verändern. Gut, verändern. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Seid ihr schon zufrieden? Ich habe immer noch Sorgen. Da stimme ich mal doch zu. Anshasana. Es ist noch zu früh, um sich zu freuen. Noch sind die Zelle der Senchis nicht besiegt. Um das Schicksal zu dem zu verwandeln, was ihr begehrt, müsst ihr das Ginsu-Schuh von unserem Feind bekommen und schlägen. Wir haben erst eine Chance, wenn wir das Ginsu-Schuh bekommen. Das stimmt. Die Power des Ginsu-Schuhs ist zu stark, um sie zu ignorieren. Wir müssen die Zeit überqueren, die das Ginsu-Schuh beschützt und in diese Zeit gehen. Entschuldigung. Das ist unsere Chance. Äh, okay, nochmal. Entschuldigung. Das ist unsere Chance. Auch unsere Power, ähm, auch unsere Macht ist stärker geworden. In diesem Moment sind die Zellerkriegerinnen in zwei verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Okay, das ist unsere Chance. Wir werden dieses Mädchen vorknüpfen. Wusch. Huss. Huss. Huss hat nichts gesagt. Nun gut. Lass uns mal ein bisschen den Stab umsehen. Okay. Vielleicht könnten wir jetzt was rausfinden, was die Feinde betrifft. Ja, okay. Ich kann fühlen, dass etwas Schleckiges passieren wird. Lass uns zurück zu meinem Haus gehen. Und uns sicherstellen, dass alle in Ordnung sind. Okay, lass uns gehen. Warte, ich komme mit. Du hast... Du musst dich hinlegen. Ich bin auch eine Zellerkriegerin. Ich kann nicht einfach mich hinsetzen und zusehen, wenn die anderen kämpfen. Ich möchte nicht, dass mein Schicksal noch mehr verändert ist, als es schon ist. Können wir Hotaru schon nicht einfach mitnehmen? Hm. Nun denn. Gut. Du kommst mit uns. Pass auf, okay? Ich danke euch, Leute. So. Ähm. Gehen natürlich auf. So. Ähm. Weiter habt ihr noch nicht übersetzt. Und ähm. Ich mach morgen weiter. Ich wünsche euch erstmal viel... Spaß damit. Ja. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.